Willkommen beim Qualifying. Jetzt wird sich zeigen, ob sich das Training ausgezahlt hat. Die perfekte Qualifying-Runde in Singapur ist eine Frage der Präzision. Die Strecke braucht viel Abtrieb und eine gute Aufhängung, um den Grip auf dem holprigen Straßenbelag zu maximieren. Wir beide haben eben gerade über diesen Fahrer da gesprochen. Max Verstappen. Wie fühlt er sich wohl heute? Was denkst du? Eine hervorragende Leistung im Training mit einer soliden Rundenzeit. Der Fahrer ist sicher zuversichtlich, aber Zuversicht bedeutet nicht unbedingt Erfolg in der M1. Was hat der heutige Tag zu bieten? Die Zeit wird es uns zeigen. Die Fahrer ist sicherlich, dass die Fahrer ist. Der Fahrer wird sicherlich, dass die Fahrer ist. Der Fahrer wird sicherlich geöffnet. Oh, oh, oh. But there'll be no one ahead. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Just keep an eye on the delta. The delta needs to be negative at the end of the lap. Okay, look after the fuel on the way in. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 And track is now clear. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017